Ich glaube, dass da viele eine geradezu naive oder utopische Vorstellung haben von, was würde ich denn tun, wenn ich nicht arbeiten müsste und dass das aber in Wahrheit dann kaum durchhaltbar ist. Also ich glaube, man kann das am besten vergleichen mit Menschen, die in die Pension gegangen sind und dann auf einmal sozusagen vor der Tatsache stehen, dass ihr Tag überhaupt nicht mehr strukturiert ist, sie praktisch machen können, was sie wollen, was aber dann oft ausartet unter Anführungszeichen dahin, dass sie dann einfach für Dinge, die man halt so normalerweise neben der Arbeit irgendwann erledigt hätte, auf einmal sozusagen entweder den halben Tag oder vielleicht sogar den ganzen Tag dann schon in Anspruch nehmen. Einfach nur, um das zu tun und dann vielleicht sich entsprechend ein bisschen zu erholen nachher daraus. Und ich glaube, da wäre es auch wieder so wichtig, sich einfach darüber klar zu werden, was sind denn Dinge, die für mich wichtig sind und sich da sozusagen die Prioritäten zu legen und aber auch zu sagen, für das möchte ich mir bewusst Zeit nehmen. Also um aus diesem gehetzten Modus herauszukommen und gleichzeitig aber auch für das, was einem wichtig ist, sich die Zeit zu nehmen und daran eben einerseits dann vielleicht, je nachdem was das halt ist, zu wachsen, aber auch um sich entsprechende Befriedigung im weitesten Sinne zu holen, die man eben braucht, um dann wieder gut zu funktionieren. Das ist jetzt natürlich ein sehr, naja, man könnte fast sagen, kapitalistischer Begriff, aber um sozusagen auch aus der Arbeit dann das meiste für sich herauszuholen, was ja vermutlich viele andere Ziele, die man so hat, auch mit befördert. Weil niemand möchte, glaube ich, irgendwie unerfolgreich sein in dem, was er tut. Manchen ist vielleicht weniger wichtig als anderen, aber ich glaube, eine gewisse Art von Erfolg zu haben in dem, was man tut, hilft einfach im generellen Wohlbefinden, würde ich jetzt formulieren.